Hallo meine Lieben, ich habe heute mal wieder ein neues Video für euch und zwar einen Haul. Ich bin zur Zeit wieder total in Shopping-Laune. Die Sachen, die ich euch jetzt zeige, habe ich allerdings alle zugeschickt bekommen aus diversen Online-Shops. Um genau zu sein, sind es drei Online-Shops. Einmal Sassy Classy, Romwe und Shein. Und ich beginne mit den Sachen von Sassy Classy. Und ich muss sagen, die Sachen gefallen mir so, so, so unglaublich gut. Aber ihr werdet es ja jetzt sehen. Ich fange mal an mit den Schuhen, die ich mir da ausgesucht habe. Und zwar sind die weiß. Ich mag zum Sommer, Frühling hin einfach total gerne helle Schuhe. Und da habe ich mir einmal diese hier ausgesucht. Ich fand die total hübsch. Die sind relativ schlicht, aber haben hier eben an der Spitze und an der Zunge des Schuhs so Schlangenoptik. Finde ich total schön. Ich habe mir quasi bei dem Shop zwei komplette Outfits rausgesucht, aber mit den gleichen Schuhen. Also zwei Hosen, beziehungsweise Leggings und zwei Oberteile. Und da habe ich mir als erstes diese hier ausgesucht. Das ist eine Leder-Optik-Leggings. Ja, glänzt nicht ganz so stark, wie es jetzt, glaube ich, hier im Bild aussieht. Und was ich halt so cool fand, dass es hier an den Knien eben diese Biker-Optik hat, finde ich persönlich immer sehr, sehr cool. Und die sieht so, so schön getragen aus. Also ich hatte bis jetzt noch keine Leder-Leggings, die mir angezogen so richtig gefallen hat und die mir auch vom Material richtig gefallen hat, weil die anderen meistens einfach irgendwie zu sehr geglänzt haben. Und die gefällt mir persönlich unglaublich gut. Die zweite Hose, beziehungsweise Leggings, die ich mir ausgesucht habe, ist vom Stil eigentlich genauso. Nur, dass es sich hierbei eben um Jeans-Optik handelt. Ist total bequem, macht eine unglaublich schöne Figur. Und hat eben auch wieder hier diese Biker-Optik, nenne ich das jetzt einfach mal. Und ich kreppel die natürlich wie immer bei allen Hosen unten hoch. Und beide Hosen sehen mit den Schuhen sehr, sehr cool aus, meiner Meinung nach. Und dann komme ich jetzt zu den Oberteilen. Da habe ich mir einmal einen sehr, sehr schlichten Pulli ausgesucht. In Grau, der hat eine Tasche an der Brust, ist relativ lang, hinten etwas länger als vorne. Ganz normale Ärmel und sieht sehr, sehr hübsch aus. Es ist so ein ganz, ganz lässiger Pulli und ich finde gerade mit der Lederhose harmoniert das total gut. Und da im Frühling natürlich Pastellfarben nicht fehlen dürfen, habe ich mir noch ein rosafarbenes Hemd ausgesucht. Das hat hier so einen ausgefransten Kragen und eigentlich das einzige Besondere an dem Teil ist der Ärmel hier. Das hat hier einmal so Pailletten und einmal eben hier so ein Pfeil, wenn man das so nennen kann. Ansonsten ganz normales Hemd mit Taschen vorne und auch wieder etwas länger, weil es sich bei den Hosen ja um Läggens handelt. Und ich persönlich mag es einfach nicht so gerne, wenn die Oberteile dann so kurz sind. Dementsprechend habe ich mir etwas längere Oberteile ausgesucht. Mal abgesehen davon, dass ich das zur Zeit sowieso irgendwie ganz schön finde, wenn die Oberteile etwas länger sind. Und das waren schon die Teile von Sassy Classy, also das waren insgesamt fünf. Und jetzt werde ich einfach querbie durcheinander Romwe und Ski entzeigen. Da habe ich mir einmal eine Jacke ausgesucht, die ich jetzt auch schon mehrfach anhatte. Und zwar ist es eine Camouflagejacke. Mag ich total gerne, einfach zu einem schlichten Outfit. Dann die Jacke drüber, das sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Ist so, ich würde mal behaupten, wie eine Jeansjacke, wie eine dünne Jeansjacke. Kann man bei dem derzeitigen Wetter auf jeden Fall sehr gut tragen. Ist auch ganz schön geschnitten, hat hier unten Taschen und auch hier oben Taschen. Und kann man auch in der Taille nochmal etwas enger ziehen, wenn man das möchte. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr hübsch aus. Dann habe ich mir noch eine Jacke ausgesucht. Und zwar sieht die so aus. Die sind so einem etwas ausgeblichenen Kaki. Und ja, hat hier eben dieses Aztekenmuster. Ist etwas länger und relativ sackig geschnitten. Ja, die andere gefällt mir vom Schnitt auf jeden Fall besser. Aber ich werde bestimmt ein Outfit finden, wo ich diese Jacke gut integrieren kann. Die hat mir einfach so gut gefallen, weil die eben diese Aztekenmustereinsätze hat. Finde ich persönlich immer sehr, sehr schön. Und ich wollte immer so eine Jacke haben, die das eben hat. Und jetzt habe ich eine und darüber freue ich mich auf jeden Fall sehr. Dann habe ich mir noch eine Jacke ausgesucht, wenn man das überhaupt so nennen kann. Also das ist wirklich eine sehr, sehr leichte Jacke. Ich habe schon so ähnliche Jacken, aber ich persönlich mag einfach diese Farbe total gern. Ich finde immer, das sieht sehr frühlingshaft und einfach schön aus, wenn man eben so eine rosafarbene Jacke trägt. Die ist auch wieder etwas länger. Erinnert so ein bisschen vom Schnitt an eine Regenjacke. Ist sehr dünn, wie gesagt. Aber hat ein super schönes, weiches Material. Und sieht wie auch die anderen Jacken einfach über ein schlichtes Outfit sehr schön aus. Dann habe ich mir noch einen Pulli ausgesucht. Dabei handelt es sich um einen Oversized Pulli. Und wenn ich Oversized sage, dann meine ich auch wirklich Oversized. Also der ist wirklich unglaublich groß. Ich persönlich würde ihn, glaube ich, mit Strumpfhose eher tragen, weil es mit Jeans dann doch schon etwas merkwürdig aussieht. Ist riesig. Also hat auch sehr, sehr breite Ärmel. Hat Bündchen sowohl an den Ärmeln wie auch unten. Und ja, ist in so einem College-Look. Und gefällt mir auch sehr gut. Also ist auf jeden Fall super lässig. Dann habe ich mir noch einen Schab ausgesucht, was auf jeden Fall hundertprozentig ich ist. Und zwar hat es Streifen und ein Schößchen. Und ja, wie ihr vermutlich wisst, ich liebe sowohl Streifen wie auch Schößchen. Unglaublich hübsch. Also von solchen Oberteilen kann ich einfach nicht genug haben. Und ja, ich finde auch, wie das hier an den Ärmeln geschnitten ist, gefällt mir total gut. Fieht wie alle anderen Teile sehr, sehr schön aus. Dann habe ich mir noch ein Kleid ausgesucht. Und wie euch vielleicht auffällt, ich mag zur Zeit sehr gerne rosa. Was ich daran einfach so schön fand, war hier oben diese Schnürung. Ansonsten ist es wirklich sehr schlicht und einfach geschnitten. Geht relativ gerade nach unten. Hat an den Seiten Taschen, was ich ja auch immer sehr cool finde. Ist so drei Viertel lang. Und vom Material ist es so eine Art Fake-Wildleder. Also fühlt sich echt ganz schön an. Und passt natürlich einfach super zur Jahreszeit. Und dann komme ich auch schon zum letzten Kleidungsstück, was man anziehen kann. Und dabei geht es um diesen wunderhübschen Pulli. Der ist in so einer Korallfarbe. Und was das Tolle an diesem Pulli ist, der hat unten Spitzeneinsätze. Einmal hier an den Ärmeln und hier unten als Schößchen. Und das sieht einfach so, 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 so schön aus. Ja, ist auf jeden Fall ein super, super, super hübscher Pullover. Und dann komme ich jetzt auch schon zum letzten Teil. Und das ist dieser Rucksack hier. Ich wollte schon länger gerne einen Rucksack haben. Ich besitze nämlich tatsächlich gar keinen Rucksack. Ich weiß nicht, ob der Trend mittlerweile schon vorbei ist. Also auf jeden Fall bin ich hier relativ spät da mit dran. Und ich fand diesen hier irgendwie ganz schön. Ich dachte mir, ich könnte den vielleicht im Urlaub tragen. Das ist vielleicht praktischer, wenn man den einfach so auf den Rücken ziehen kann, als wenn man jetzt so eine Tasche mit sich rumschleppt. Ich persönlich wollte einfach einen Rucksack haben, der eine Farbe hat, die einfach zu so gut wie einem passt. Und ja, Braun ist dann natürlich optimal. Schwarz wäre wahrscheinlich noch besser gewesen. Aber ich bin irgendwie einer von den Leuten, die grundsätzlich Braun im Endeffekt dann schöner finden. Ich habe das auch immer bei Schuhen. Also wenn ich Schuhe in Schwarz und in Braun sehe, denke ich mir jedes Mal, hol dir Schwarz, weil es einfach zu mehr Sachen passt. Aber wenn ich die dann im Vergleich sehe, finde ich die Braun einfach immer schöner. Und so war es beim Rucksack eben auch. Dementsprechend habe ich mich jetzt für einen Braunrucksack entschieden. Und Braun passt im Endeffekt ja auch zu sehr vielen Sachen. Und ja, das nächste Video wird auf jeden Fall ein Ikea-Hall sein. Da bin ich nämlich fleißig shoppen gewesen und habe eindeutig zu viel Geld ausgegeben. Und deswegen dachte ich mir, zeige ich euch, was ich da so ergattert habe. Und dann hoffe ich natürlich wie immer sehr, dass das Video euch gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss! Tschüss!